Hast du schon gehört? Hatar sagt, das ist der beste Rapper in NRW. Seid mir einen besseren Rapper in NRW, Wallah, mit den Gieschen Eis essen. Hatar hat ein Video gepostet, das ein Newcomer-Rapper zeigt. Seiner Meinung nach der beste in NRW. Wer einen besseren findet, kriegt 10% von Hatars Eismarke Gelato. Mein Cousin wollte kein Koch werden, dein Cousin wollte Kopf werden und ihr wollt mir meinen Kopf verdrehen, das glaub ich nicht, so halbes Hähnchen, ah. Auf die Wege, die ihr baut, hab ich schon lange keinen Bock mehr. Ich schlag mich rum hier mit Dämonen, doch ich wünsch, es wär ein Rocker. Jetzt kommen größere Probleme, warte mal kurz, muss überlegen. Vater sucht nach seinem Mädchen, von Hatar flucht, zu Beine heben. Blasse Mutter, weiche Knie, ich bin in Hunderter verliebt, doch wird dafür kein Face verlieren, du würdest deine Mutter. Ja, 30 Jahre zurückgelassen, Werdegang verrückt gegangen. Arbeit, Jock, mach Kiste, Platten, Huni, hat der Auto schnappt. Hamdollah, manche haben gar nix da, so denkst du nicht, sonst wärst du nicht den ganzen Abend, Admiral. Jetzt auf ganz locker, ein Automat, ein Huni-Fan nicht. Wie viel von 10 für Hatars Favorite Newcomer? Schreib's in die Comments. Für mehr Rap-News, mach das bloß weg und folg uns am Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.